Kasten Kopf und damit Willkommen bei Mario Kart 8 online mit rosa gold peach dem Rennbike den Dreyfoss Reifer 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 und dem Wolken Ballon Gleiter Accessoire Heute in einer Malsehen Gruppe gerade eben im Vorschau war sie nicht so gut sie kann auf jeden Fall gut mit grünen Panzer schießen auch nur 10 Spieler dementsprechend bin ich gerade 10ter ist ja klar und mit einem fulminanten Thema mit einem fulminanten Thema da kann man sich wirklich nichts besseres wünschen Bomben also und zwar Fakten über mich falls das überhaupt jemand interessiert ich habe mal so ein Video gemacht als ich noch Real Life Videos gemacht habe also vor lass mich kurz lügen könnte vor 2 Jahren gewesen sein ich weiß nicht genau wann ich das hochgeladen habe Achtung ja aber seitdem hat sich ein bisschen was getan außerdem kennt das Video kein Schmein mehr deswegen dachte ich mir einfach hey komm warum nicht passt doch zu Mario Kart 8 und zwar grüne Panzer sind mein Lieblingsgericht was nein fangen wir nochmal ganz basic an wer bin ich ich bin Erik 16 Jahre alt werde häufig älter eingeschätzt was nicht unbedingt schlimm ist ähm und ich lebe in Deutschland ja das ist jetzt natürlich jetzt überraschend und zwar in Niedersachsen in der Nähe von Hannover mehr sage ich dazu aber nicht weil naja es ist halt irrelevant ich besuche momentan die 10. Klasse eines Gymnasiums und das wird sich bald ändern denn naja wie das so ist man kommt halt nachher 10.11.11. hoffe ich zumindest für euch dass ihr nicht sitzen bleibt oder so und ähm wow wieso wurde ich nicht getroffen egal und ja bei der Schule können wir eigentlich fucking Piranha heute ne fucking Wario bei den Schulen Geschichten können wir gleich mal bleiben ähm wie sieht's denn aus läuft's oder eher nicht ja hier auf jeden Fall nicht hier auf jeden Fall nicht mein Gamepage steht auch noch vor der Platzierung also weiß ich gar nicht wie viel war ich ja krass im Kopf welcher Platz ich überhaupt bin egal ähm wie läuft's denn da geht besser geht schlechter würde ich sagen also 10. Klasse ist jetzt ja nicht so einfach so muss man immer so sagen alter Meddle was macht der da ähm aber ich war halt auch schon bedeutend besser das sage ich jetzt nicht irgendwie anzugeben oder so huch die TV Fernbedingungsfunktion kann in den Systemstellen konfiguriert werden was willst du denn jetzt das sage ich jetzt nicht einfach so das ist halt wirklich so also mein Zeugnis hatte ich auf dem Halbjahr eine Eins nein hatte ich nicht also ich bin Durchschnitt mal hier ein bisschen besser mal hier ein bisschen schlechter also eigentlich ganz normal meine schlechtesten Fächer sind Mathe und Physik meine besten Englisch und Geschichte und äh ja leider habe ich Geschichte nur im ersten Halbjahr gehabt wegen diesen epochalen Geschichten da aber ähm ja das ist so mein Lieblingsfach eigentlich weil Englisch unsere Lehre momentan ist jetzt ja ist alles okay aber nicht so cool wie die davor aber naja gut das ist ja immer Geschmackssache ich finde halt den Unterricht ich kann mich da nicht gut beteiligen irgendwie wird am Ende auf eine 2 hinauslaufen wo jetzt Leute sagen werden das ist doch nicht schlecht ist doch nicht schlecht Gottes Willen aber ich ich kenne das auch anders aber wie gesagt in Mathe und Physik bin ich ja die größte Nulpe wirklich das ist das ist nicht mehr lustig das ist schon also im Unterricht ist es lustig kann man mal so sagen da macht es Spaß also so dumm zu sein ähm beziehungsweise den anderen Leuten macht es Spaß äh dass ich so dumm bin aber mhm ansonsten hat es halt keine Vorteile überraschenderweise so aber Schule ist ein gutes Thema was mache ich denn danach was weiß ich schon was was soll ich denn was will ich denn machen nun ich möchte auf jeden Fall studieren das ist so mein mein Ziel aber was tja das ist die Frage momentan geht meine Richtung in Engl in meine Richtung genau momentan geht es um meine Vorstellung in Richtung Englisch und Geschichte doch für was tja das ist das große Geheimnis oh yeah so ansonsten mhm großartig auf Gaming und so will ich heute gar nicht wirklich eingehen also so ne Lieblingsgames und so weil das gehört nochmal in den eigenen Part wo ich dann meine Zockergeschichte erzähle und so aber wir können ja mal anfangen Fakten über mich was war denn meine erste Konsole das kann ich ja hier mal kurz schon mal anschneiden ähm schöner Stunt äh meine erste Konsole war ein Quatsch war ein Gameboy Color ja ja ein lilaner Gameboy Color der für mich damals blau war ich glaube ich hatte einfach eine Augenkrankheit keine Ahnung also für mich war der blau aber er ist lila und ähm da habe ich solche Sachen gespielt wie Super Mario Land 2 irgendwie die F1 Racing ähm Super Mario Land 1 Super Mario Land 1 ähm das Dschungelbuch Pinocchio Pop der Baumeister ganz viele coole Sachen das ist echt krass und ja dann kam der Nintendo DS und meine aktuell neuste Konsole aktuellste Konsole ist die Wii U beziehungsweise wenn man es genau nimmt der Nintendo 2 DS weil der kam 2013 raus und die Wii U 2012 also ist praktisch der Nintendo 2 der ist meine aktuellste Konsole aber naja von der Technik her halt von der Technik her halt aber das ist eigentlich alles was ich zum Thema Konsolen sagen möchte denn wie gesagt darüber soll es nochmal einen einzelnen Part geben so jetzt muss ich mal kurz auf die Gamepad Karte umschalten naja Vorsprung würde ich jetzt nicht sagen was wir denn hatten ich hoffe bald wird das Spiel ein bisschen schneller weil es kommt mir immer irgendwie relativ langsam vor finde ich so kann täuschen der Eindruck aber ich finde es ist irgendwie langsam Wipfelweg ähm was kann man noch erzählen achso mein Handy wo es da gerade liegt keine Ahnung einfach irgendwelche Random Facts äh Handys ich hatte mein erstes Handy mit also mein erstes Handy Handy hatte ich schon weiß nicht mit 10 aber das war halt so ein Tastenteil da konntest du halt nichts mit machen da war ein einziges Spiel drauf ich weiß gar nicht was das war es war nicht mal Snake oder so es war irgendwas irgendein was ist das ein LG ich glaube es war ein LG so ein schwarzes das habe ich auch niemals angehabt oder benutzt niemals das konnte halt nichts dann mein zweites Handy war ein Nokia 6 6303i hieß das so oder 06303i Classic ich blende euch davon ein Bild ein hier mhm das hatte ich dann 2011 11 nee 2011 doch 2011 Weihnachten glaube ich und mein erstes Smartphone war dann das Huawei Ascent G510 oder S-Cant ich weiß es nicht genau ähm sieht so aus und das Ganze im August 2013 genauer gesagt ich glaube einen Tag bevor die Schule bevor die achte Klasse anfing habe ich es glaube ich bekommen und das traf sich ganz gut weil dann konnte ich gleich klären von wegen yo Klassengruppe und so ihr coolen Kids und da hat man ja heutzutage so so das hat dann ähm ja ein knappes Jahr glaube ich gehalten was nicht meine Schuld war es war nicht meine Schuld und ich das hat gar nicht ein Jahr gehalten das hat so ein Dreivierteljahr glaube ich gehalten und zwar war das eine Fehlbau irgendwas also das war falsch gebaut ähm also wenn ich das Handy auf den Tisch gelegt habe und dann darauf getippt habe also ne wenn das sozusagen wenn ich es irgendwo drauf gelegt habe und es dann sozusagen währenddessen benutzt habe ist es immer ausgegangen und direkt wieder an weil der Akku immer rausgefallen ist also der ist so aus diesen Kontakten gehüpft sozusagen und äh naja ich hatte ja zum Glück Garantie hab's dann eingeschickt und die haben mir die 150 Euro die es damals gekostet hat einen neuen Preis gegeben zurückgegeben und ich hab mir stattdessen das 100 Euro teurere Galaxy Samsung Galaxy S3 gekauft und damit war ich erstmal ziemlich zufrieden und das hat dann gehalten bis Januar Dezember oder Januar also ich glaube Januar 2015 dann ist es mir runtergefallen auf unserem Laminat im Wohnzimmer das verträgt sich nicht gut ist klar und das Display war mit dem Arsch ich habe es immer noch hier liegen ähm auch das alte Nokia habe ich glaube ich noch ähm ich benutze es halt noch zum Musikkönnen weil da ist eine fette Speicherkarte drin was bei meinem aktuellen Handy nicht geht ähm und da habe ich dann sehr viel Musik und sowas drauf Alter mein Vorsprung gucken wir auf die Map komm gar nicht mehr vom Steck hier ja genau jetzt kriege ich eine Hupe logisch Setz Mario Kart ja und dann habe ich mir halt glücklicherweise durch den durch den Mann einer Freundin meiner Mutter war das so der hat sein iPhone 5 verkauft für 50 Euro ja für 50 Euro ähm und das kostet neu glaube ich noch 500 oder so keine Ahnung dass ich da zugeschlagen habe sollte niemanden überraschen und wer barböllert gerade draußen the fuck ich gucke mal auf Twitter ist gerade dieses komische Fußballspiel da vorbei Bayern gegen Dortmund ist das vielleicht ein Bayern-Fan Peng ähm oh warte mal Strecke auswählen königliche Piste ich gucke mal DFP Pokalfinale gucken wir doch mal wir wünschen dem BVB ah ne morgen jetzt muss noch mal mehr kommen um den Pot zu holen vor einer Minute ähm ach keine Ahnung irgendwer hat gerade gewonnen und deswegen böllern die gerade ähm ja jetzt benutze ich halt das iPhone 5 seit nunmehr über einem Jahr ich glaube Februar 2000 ne 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 Januar ich hatte es zu den Zeugnisfällen hatte ich es schon also Ende Januar 2015 und damit bin ich in Sicht ziemlich zufrieden bis auf die Tatsache dass man ähm dass der Bildschirm ein bisschen klein ist weil das naja das S3 ist ja deutlich größer 4,7 Zoll hat das und das iPhone hat nur 4 und äh ich hätte gerne größeren Bildschirm was den Speicherplatz angeht damit komme ich eigentlich ganz gut klar sind nur 16 GB das passt aber für mich viele Leute sagen das reicht mir nicht die 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 ähm mir schon also ich brauche nicht mehr und äh ja mein nächstes Handy werde ich mir was weiß ich in zwei Jahren kaufen oder so weil nächstes Jahr ist erstmal Führerschein dran und Auto und so und ob ich dann irgendwoher Geld kriege für ein Handy das schauen wir mal ne aber welches hätte ich denn gerne nun ich würde doch schon beim iPhone bleiben doch doch muss ich sagen ich bin voll der Freund davon weil es läuft macht mir persönlich keine Probleme ist immer noch so schnell wie am allerersten Tag nicht so wie mein Samsung das nach zwei Wochen schon langsamer wurde ohne dass ich damit mehr gemacht habe als mit dem iPhone jetzt ähm also auch was so Dateimenge und sowas angeht habe ich alles auf die SD-Karte auch geschoben und so ähm und ich mag einfach den Look von iOS und das Design halt deswegen würde ich dabei bleiben so das war eine Explosion in die Welt der Handys na 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 du triffst mich nicht oh bitter so aua aber ich muss auch sagen das Galaxy S7 Edge finde ich auch ziemlich cool ey Iggy das finde ich auch ziemlich cool also würde mir jemand jetzt kommt so ein Typ und der bietet mir an ja wollen sie das iPhone 6S oder das Galaxy S7 Edge dann würde ich das 6S nehmen ja das 6S wäre meine Wahl so so viel zum Handy äh wie sieht es aus mit den Frauen ja Erik und die Frauenwelt ähm ja gut ich kann jetzt nicht sagen läuft gut läuft schlecht also ne ich persönlich kann jetzt nicht klagen ich bin zu haben liebe Damen ich bin zu haben aber das ist nicht schlimm was Pilz achso ich dachte ich bin erster Mann scheiß Betrug ähm ich bin zu haben und bin in love wie man so schön sagt natürlich natürlich als ob man komm mal als ob jemand das nicht wäre schreibt es mal rein Spaß wenn es euch nicht zu privat ist ähm fuck you wehe ey das Dieter selbe Kart wie ich selbe Bike ist da was in Aussicht bei mir ähm ne ich würde sagen nein aber das ist okay das ist okay ähm ja was gibt es noch ähm vielleicht so ein Funfact über mich ich habe so ein Tick ich habe so ein paar Ticks die sind mir heute aufgefallen also naja die so ein paar Sachen die sind mir heute so in den Sinn gekommen als ich darüber nachgedacht habe ich habe ich habe schon vor ein paar Wochen darüber Gedanken gemacht dass ich dieses Video ja mache dieses Thema ähm zwar mein erster Tick der mich persönlich unglaublich stört wirklich das ist das geht nicht mehr klar ist ich knabber und also so ne ich knupse mir meine Fingernägel ab kennt ihr das das kennt ihr locker dass man das so ne entweder knabbert und dann wird man rum oder macht das so mit dem Finger dass das dann so ich weiß nicht ob man das hört ne dass man es mit dem Finger halt macht das ist so schade ich merke das gar nicht und dann irgendwann gucke ich mir in den Inneren und denke mir was ist mit meinen Fingernägel äh Fingernägel oh Kuba-Gurlstadt-Fieber nice mag ich doch wirklich ähm das regt mich halt voll auf aber ich kann nichts dagegen tun ich merke das nicht wie ich das mache sonst könnte ich ja sagen hör auf hören sie doch auf mein Junge aber ich merke das gar nicht und deswegen ja haben wir die eigentlich schon mal gefahren in meinem Let's Play ne ne easy ähm das ist so ein Tick von mir und ich hasse es ganz ehrlich ich hasse es es sieht einfach nur unschön aus und es bringt nichts es bringt nichts es ist nur total dumm so die Kurve hier kriege ich nicht die Kurve hier kriege ich locker und bei der einfachsten Kurve der Strecke fähig ist klar ein anderer Tick von mir auf den wurde ich von einem Real-Life-Kumpel hingewiesen und zwar wenn ich schreibe also mit einem Stift ähm beispielsweise in einer Arbeit wo ich ja vier am Stück schreibe logischerweise außer in Masse da sitze ich immer nur dort und gucke aufs Blatt und denke mir what the fuck ähm dann ist es wohl so immer wenn ich so zwei Wörter geschrieben habe drehe ich diesen Stift um seine eigene Achse also jetzt nicht dass ich plötzlich die Spitze zu mir zu meinem Körper hin drehe oder so also ne dass die Spitze plötzlich hinten ist sondern halt ja so wie sich die Erde halt dreht die dreht sich ja um ihre eigene Achse und so drehe ich dann auch den Stift ja und das nach jedem zweiten Wort und da habe ich mal drauf geachtet und selbst als ich darauf geachtet habe konnte ich das nicht abstehen und äh ja das finde ich irgendwie lustig aber jeder hat so seine Ticks schreibt mal eure rein wenn ihr welche habt aber ansonsten meine eine ziemliche Sache die mich auch an mir selber stört ist ich bin sehr faul ich bin wirklich Tanduki Mario ich bin wirklich sehr faul also was so sportliche Aktivität angeht keine Chance und das Schöne ist dass ich bisher das Glück hatte immer zu wachsen und dementsprechend konnte ich dann trotzdem halt essen und alles geil und so ne ohne dass ich irgendwie zugenommen habe ähm aber irgendwann wächst man nicht mehr weiter und ich glaube bei mir ist jetzt auch das Limit erreicht weiß ich 1 bin ich 1,95 kann gut durchaus sein ich weiß es nicht genau ich habe mich lange nicht gemessen wir haben ja kein Messer äh bei uns haha Messer ähm deswegen ja da muss ich ein bisschen aufpassen dass ich vielleicht ein bisschen weniger phrase apropos Essen ich kriege gerade Hunger verdammt jetzt noch ein paar Random Facts total totaler Bullshit mhm mein Lieblingstag der Woche ist der Samstag warum naja das Wochenende ist da sozusagen gerade hat er gerade angefangen Bowser komm Bowser ist geil Wochenende hat gerade angefangen und man hat es ist halt sozusagen in der Mitte des Wochenendes für mich ist Freitag Nachmittag geht das Wochenende für mich los mein Hasstag der Woche an sich ist der Sonntag weil ich da mir denke scheiße morgens ist das Wochenende vorbei allerdings hat sich das ein bisschen gewandelt jetzt durch den 9 Stunden Plan seit dem halben Jahr deswegen ist es nämlich der Donnerstag oh mein Gott weil da habe ich Latein Musik Deutsch und 98 Stunde Mathe das sind meine schlimmsten Fächer meine Hassfächer ja ich mag Deutsch und Musik nicht also echt nein ich kann Deutsch und ich kann auch Latein aber ich hasse Musik und ich kann Musik auch nicht bin so froh wenn ich das nächstes Jahr nicht mehr habe habe so und ja mein chilligster Tag der Woche was den Stundenplan angeht ist der Mittwoch Religion Englisch Musik klingt widersprüchlich wenn ich Musik ja gar nicht mag aber Religion und Englisch in Englisch machen wir seit einem halben Jahr überhaupt nichts mehr und Religion haben wir irgendwie nie ich habe immer zur dritten Mittwochs fällt mir so auf pfff hier rüber zum Beispiel auch ne letzte Woche hatte ich auch zur dritten diese Woche nicht also jetzt die die übermorgen anfängt heute ist ja jetzt Samstag ja geil pfff nice ähm Dylan was kann man sonst noch sagen achso ja Interessen so Hobby mäßig ich interessiere mich logischerweise für Videospiele hätte man nicht erwartet und da besonders für Nintendo meine Lieblingsspielserie werde ich euch in einem anderen Video erzählen ähm ein anderes Hobby von mir ist aber auch was heißt Hobby ich interessiere mich auch für Geschichte ja also für vor allem für das 20. Jahrhundert sprich äh vor allem Zweiter Weltkrieg und die Zeit die danach kommt halt deutsche Geschichte ne weil ich einfach finde man sollte darüber Bescheid wissen damit so ein ganzer Bullshit nicht nochmal passiert und äh ich finde es einfach sehr spannend sich damit zu befassen und zu gucken wie war das damals wie sind die und die Sachen tatsächlich passiert was ist da was konnte da eigentlich schief gehen damit das und das passiert ist meine Hass-Epoche ist das Mittelalter ganz ehrlich boah ne ich hasse das Mittelalter ich hasse es Mittelalter denkt immer an irgendwelche vollgekackten Straßen gepanzerte blöde Ritter und ne mag ich gar nicht komisch dahingegen das mittelalterlichste Zelda was es gibt Twilight Princess ist mein Lieblingszelder wobei momentan The Wind Waker auf bestem the fuck auf bestem Weg ist es zu überholen ja HD The Wind Waker HD wird ja auch im Sommer als LP starten Ende Sommer Ende Sommer Ende des Sommers es kommt ein Blaupanzel natürlich natürlich komm bitte über Land jetzt fahr schnell bitte fahr einfach nur ins Ziel also ich mag es mittlerweile nicht ich mag auch diese komische französische Revolution mag ich nicht ich mag auch Napoleon nicht aber gut das ist jetzt wirklich ziemlich random ähm anderer Funfact ich mache zu diesem Zeitpunkt seit über drei Jahren YouTube Videos und das auf zwei verschiedenen nein drei verschiedenen Kanälen man könnte sagen ich habe pro Jahr einmal den Kanal gewechselt kann das sein ich habe 2000 ja ich habe 2000 13 einmal den Kanal gewechselt 2014 habe ich ihn umbenannt und 2015 auf 16 habe ich ja dann auf den neuen The Legend of the Area Kanal gewechselt ganz genau bin ich gewechselt ja ansonsten was fällt mir noch ein das Käseland das boah das ist die beste Strecke des Spiels ganz ehrlich das ist die geilste Strecke die es gibt mhm ach Trombruin come on ja was ist mit denen wenn man sich die DRCs kauft dann wird man auch die Strecken ähm boah was gibt es denn noch zu erzählen mhm ach so ähm ich bin ein ziemlicher Grobmotoriker das bedeutet äh ja ich bin zum einen ziemlich ungelenkig und zum anderen äh ja wie sagt man das denn wie kann man das beschreiben so komplexe Bewegungsverläufe sind nichts für mich ja ansonsten Lernen also was so Lernfähigkeit wenn es mich interessiert extrem schnell vor allem auch unterbewusst und freiwillig wenn es mich nicht interessiert und wenn es mich eigentlich nur abfuckt dann so ungefähr Schneckentempo mal 100 also ins langsamere der Grund warum ich in Mathe so scheiße bin weil ich mich da halt immer hinsetze und versuche und das meine ich ernst ich probiere es halt wirklich aber irgendwie am Ende kommt halt nichts dabei rum was sehr schade ist so achso ähm ich habe eher weniger Freunde ich kenne einige Leute aber auch würde ich sagen manche sind Kumpel und warum fährt die manchmal so langsam und manchmal so schnell ähm ich würde aber eher sagen ich habe weniger wirkliche Freunde dafür aber diese wenigen sind eher gute Freunde also mit denen man dann auch über die Scheiße quatschen kann und dabei ähm hält sich die Waage zwischen weiblichen und äh männlichen Freunden ziemlich gleich eigentlich wenn ich das überlege ja doch ist glaube ich ungefähr dasselbe vielleicht zwei Jungs mehr aber ja bei den Damen äh die sind ungefähr genauso viele weil es ist doch voll chillig so als Junge mit Mädchen normal reden zu können das ist super stell dir mal vor ich wäre so ein Ratsch so ein Ratsch aus Big Bang Theory heilige Scheiße was würde ich eigentlich in meinem Leben machen ich meine ich kommuniziere den ganzen Tag nur mit Mädchen über Whatsapp und so ich schreibe damit keinem Jungen ernsthaft außer yo hast du Bock zu zocken yo komm vorbei das ist so das was ich mit Jungs austausche ähm und mit Mädchen ist es doch viel ganz anders zu schneiden ist ja klar aber irgendwie auch viel chilliger weil man lernt weil man lernt halt auch die andere Seite kennen wenn man äh gerade was so Love und so angeht ne da können Mädchen doch sehr hilfreich sein so mit ihrer Meinung und ihren Tipps und bla bla weil die wissen ja wie sie selber ticken ne so ich dachte mir fällt mehr ein also als ich mal so drüber nachgedacht habe sind mir viel viel mehr Sachen eingefallen zu dem Thema wenn mir noch ein paar Sachen einfallen und das reicht für einen Part dann werde ich die nachreichen yeah und dann geht vielleicht nochmal an 2.0 gut schreibt Fakten über euch wenn ihr mögt in die Kommentare dann danke ich euch fürs Ansehen ich würde sagen Daumen hoch wenn sie gefallen hat und schaut beim nächsten Mal wieder rein für rosa gold peach action war es das jetzt im nächsten Part geht es dann weiter mit Donkey Kong ja doch mit Donkey Kong ganz genau Dank uns an den Freunde bis zum nächsten Part haut raus und ciao